weißt du kaum kommt irgendwelche französinnen spiel sagen sie aber get baguette vormarsch, vormarsch ich werde wieder sterben der spare jason ist richtig geil der beste, der kann so oft shiften und shift ist das beste, auch wenn es schwierig zu kontrollieren ist aber das ist cool vive la baguette, vive la baguette aber vive, nicht viva viva ist ja wieder spanisch oh hier ist ein ganz komischer zombie jason was schadet ich muss hier raus, jetzt ey bruh, darf ich mit rein? ah, nein ah, nichts zum nächsten zum nächsten hier ist, nein, ich dachte der gas wir brauchen Zeug toki toki ach crap ja gar nichts in der hütte hier die nahe kampfhaft überhält man, wenn man schwimmen geht, oder? ach doch oh, der franzose wenn sie jetzt bestimmt rechnen an mir weil sie so nett war zu ihm der ist noch gar nicht schwimmen, doch finde ich eigentlich sollte er auch nicht dürfen, weil es ist ja, was heißt dürfen nicht aber es ist halt eigentlich sein Element, was er nicht so abkann, ne? er hat Angst vor Wasser, weil er ertränkt wurde der kleine zombie junge zombie boy boah, ich kann schon wieder, ne, gehen wir nicht öffnen was ist hier los? ich kann keine schubladen öffnen oh, hier ist die sicherung also hier muss man die einsetzen oh, ich dachte schon als hätte ich ein bisschen Angst gekriegt geh mal hin da hat noch keinen getötet immerhin, das ist schon gut langweilig ist der Bruder von doof sehr gut oh nein oh nein das ist schon tot ah go, run, run ach man ach man eine weniger hier kann man Verstärkung rufen um die Töne zu machen Boot ist fertig was? die Sicherung ne hey 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 super, oh Gott, helf uns jason ist real jason ist real das war's, was? ob das mal gut geht? ob das mal gut geht? ob das mal gut geht? nein nein was ist jason? ja, da ist einen krass hier hier wir können wir können Telefon, kenne die Polizei! Kenne sie, kenne sie, kenne sie! Wo ist das Telefon? Ich weiß nicht, wir müssen schauen. Hier! Nein! Ja, das ist die Polizei! Wir sind die Kinder im Camp Crystal Lake! Er hat uns töten! Er hat alle töten! Bitte helft! Hurry! Alles klar, Schatz. Oh Mann, warum da das 5 Minuten bei mir? Alles... Mit einem Park ein bisschen runterdrücken in die Zeit? Ja! Oh, ich glaube, Lovie Jahres hat mir gerade geantwortet. Okay. Heet, heet, heet! Einfach laufen! Hei, soa! Hei, soa! Hei, soa! Hei, soa! Der ist abgehauen! Ja, und die immer ab alleine! Mit dem Boot, oder wat? Ja, Tatsache! Der ist mit dem Boot abgehauen, das Schwein! Ja, vermute ich. Warum hat er sich selbst mit einem Boot abgehauen? Das ist... Coward! Cowardly action! Killer beim Boot! Ja gut, wir haben... Wir haben den Schlüssel, aber das bringt nicht viel fürs Auto. Das Auto ist nur noch nicht mal repariert. Lieber nicht reden, weil am Ende... ...fällt er uns deswegen. Da sind noch 5. Wer ist da noch? Dieter ist noch irgendwo... Dieter ist ganz... Am Ende. Wer ist hier aber nicht blicken lässt, ne? Ich glaube, Jason ist so ein bisschen... Weiß ich nicht. Das ist die Polizei im Arsch der Welt, ja. Wenn wir lange genug aufhalten können, reicht das ja. Bye, bye! What? Oh my arms! Oh my arms! Scheiße! Wo war da? Doch gar nicht! Warum ist der Hacker tot? Wir waren doch bei uns eben die ganze Zeit da. Wir waren doch zu viert hier. Also fünft. Also ich mit vier anderen. Oder nicht? Ach ne, sie war das daneben. Achso, scheiße. Was ist denn ein Gitar? Ah, ok. Verdammt. Eine Minute. Oh man. Oh man. Nice. He's coming. Ich habe das gesehen. Nein! Oh nein! Oh nein, sie war auf! Shit! An der anderen Seite. Scheiße. Fuck! Ah nein! Da ist er hin? Das Letzten! Ist er bei euch? Ja, er ist hinten bei den anderen. Oh, Kacke! Einde! Warte, im Typen los! Habt ihr das gehört? Kra, kra, kra! Hallo! Das streamt ja immer noch! Natürlich! Es ist 19 Uhr! Komm, Leute! Ruh! 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 Wie ist es hier! Wie die Hexen Baba Yaga! Ruh! 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 Willkommen zurück zu Freitag, der 13. Hey Splats, nice to see you again. Er ist ein Freund, ich spiele mit ihm immer das Spiel. Ohne Rücksicht, ich habe da auch schon mal einen gesehen, da habe ich offline gespielt, also jetzt ohne Streamen und ohne Aufnehmen. Dann habe ich einen Russe, der hat ja auch gemeint so Boy Boy Friends und haut alleine mit dem Viersitzer ab. Alter, haut der einfach ab, der Vogel. Jetzt sind wir einfach durch zu wenig Explosionen. Viersitzer? Was? Ja, ist einfach abgehauen. Das ist schein, okay. Als Einziger. Also bei einem Zweisitzer, okay, aber mit einem Viersitzer? Ernsthaft? Ja, wird es als Einziges geschafft sein können. Echt fies. Oh Gott, ich glaube es ist ein Tocken, hm? Das stimmt mit der Menschheit. Wie das stimmt. Du kannst durch die bratw trouve dazu wahrscheinlich irgendwo finden. Ahaha Ach es, desasterhörer und wemörst euch hinten. Heute von mir chlorpennen! Der Essen sieht nicht sehr glücklich aus. Oh geil, ich bin wieder irgendwo, oh, oh, nein, 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 bitte nicht am Auto, Kinder. Warum, warum spawne ich am Auto? Ich bin hier im Auto spawnen, sehr gut, nope, nächstens Atemübungen. Ich halt der Einzige am Auto bin, der ist scheiße, oh, die Knarre, so Marken. Vielleicht mal ruckelt das so ein bisschen scheiße, ich weiß nicht, woanders liegt. Oh, Gerät. Hi, how's your door doing over there? Is it fine? I'm sorry. Yeah, yeah. I think you're messed. You wanna try again? Nein. I'm gonna lock the door. Das ist bei mir. I got the keys for the blue. Nothing. Got the keys. Yes. Do we need keys somewhere? Oh, you went through it. Oh, here's another sauber. Oh, he's shifting after me. Do I have a battery for the cops? Oh, he's shifting after me. Samami, mach's gut. Now we need gas. Oh, shit. Hahaha. Er fragt so höflich. Oh, here's a axe. Ah, okay, okay. I have defuse, by the way, it's up on the bathroom. I have... In the big building? It's up, it's on the bathroom, defuse! Nein. And the phone is in the building as well. For the blue car, we just need fuel. Oh, God. Wow. Alter. Was macht der da? Alter, was war das? Eben für ein Move von Jason. Er tagt direkt bei uns auf. Wow. Höfliche Killer. Mhm. Fahr, sofort nicht rennen, Mann. Bitte nicht rennen, das sieht er doch. Oh, geil. Die Tür ist schon kaputt. Feuercracker. Die Leute nicht alles richtig durchsuchen hier, ne? Boah, Halspray. Hier. Ich glaube, so erhört mich gar nicht. Oh nein. Boah. Was war ich? Wer liegt denn die Falle hier so blöd? Ich wäre auch beinahe reingerannt, ich habe die immer erst gesehen. Was war das denn eben? Hat sie so gewürgt? Oh nein. Wer alle tot macht. Boah, Angst. Klippere ich durch mich. Was ist passiert? Oh mein Gott. Was ist die Sicherung? Oh nein. Oh. Wow. So ein Penner. Oh ja. Oh wow. Wie kann er sich hier rein teleportieren? Das ist doch ein Sack. Was ist das so? Das war nicht ganzwichtig. Oh ja. Und der Keine ist irgendwann mal auf. Ich habe meine Füßerånει. Ja. Das war wirklich mean. Ich wollte das, aber er hat mich nicht gesagt. Das ist nur die Chance. Das war ganz so Rude. Oh, verdammt! Wer ist das denn? Mein Gott, ich kann nicht sehen. Er ist gut, Jason. Ich kann was kochen, Schatz, ja. Ich mach jetzt Schluss nach dem Match, sonst wird's wieder so spät, Leute. Oh, da ist er. Oh, der war ein Sack, der Typ, ne? Der National Hero. Echt fies, aber das ist gut. Oh nein, die Tür ist noch auf. Die Tür ist auf! Was? Wer ist das? Mein Gott, ich kann nicht sehen. Nein, nicht so auf! Ich glaube, so hat Angst gekriegt. War auf jeden Fall lustig. Vielen Dank für das mitzocken konnte. Na klar, gerne wieder, wenn ihr da seid. Oh, that is painful! Oh! 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 Jetzt haben wir Haare geschnitten. Ouch! Nein, der Soar wird getötet, MB. Der wird getötet! Radikal die Haare wegschneiden. Hey, girl! Want to see my new haircut? Cut!